Das Frühjahr 2020 war in Deutschland eines der sonnigsten seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Es gab so viel Sonnenschein wie zuvor nur im Jahr 2011. Außerdem war es im langjährigen Mittel viel zu warm und es fiel auch zu wenig Regen, bereits zum siebten Mal in Folge. Das geht hervor aus der Bilanz des Deutschen Wetterdienstes. Die Auswirkungen auf die Land- und Forstwirtschaft sind dramatisch. Es ist Mai und das Getreide verdorrt auf dem Feld. Seit Wochen bleibt der Regen aus. Auch hier in Neuss bei Düsseldorf müsste der Hafer eigentlich jetzt doppelt so hoch stehen. Die so wichtige Wachstumsphase im Frühjahr ist dieses Jahr weitestgehend ausgefallen. Denn es gab in den vergangenen 3 Monaten nur halb so viel Niederschlag wie sonst üblich. Das Frühjahr war zu warm. Das war etwa 1,5 Grad wärmer als das klimatologische Mittel. Das Frühjahr war deutlich sonnenscheinreicher als der Normalzustand. Das war das sonnenreichste Frühjahr seit Beginn der regelmäßigen Aufzeichnung 1951. Der aktuelle Dürre-Monitor zeigt, dass die Böden bis knapp 2 m Tiefe v.a. im Osten, Süden und teilweise auch im Westen von Deutschland deutlich zu trocken sind. Auch die Bäume bekommen das zu spüren. Vertrocknete Baumspitzen, Käfer- oder Pilzbefall. Noch nie waren die Schäden im Wald so massiv wie heute, sagen Experten. Das Problem? Die Wurzeln vieler Bäume sind nicht tief genug, um an das Wasser in unteren Schichten zu gelangen. Was wir heute sehen, ist, dass zunehmend die Bäume so Stress bekommen, dass sie diese Wassertransportwege reißen, dass die nicht mehr konsistent da sind. Dadurch funktioniert das Nachziehen von Nährstoffen auch in den Baum oben nicht mehr. V.a. Nadelbäume verschwinden im deutschen Wald. Laubbäume mit tiefen Wurzeln können nachwachsen. Wie gut sich die Natur dem anpasst, hängt davon ab, wie schnell der Klimawandel voranschreitet. Wirklichkeit von Nährstoffen